Hallo und herzlich willkommen bei Pyjama Business, deinem Podcast und um eine selbstbestimmte Selbstständigkeit. Hier lernst du, wie du dich selbstständig machst, KundInnen gewinnst, Content Marketing betreibst, online gefunden wirst und weniger arbeitest und dabei mehr verdienst. Ich bin Lili Keusser, die Erfinderin von magnetischem Marketing und die Gründerin des Kundenmagnetkurses. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg mit meinen Tipps. Legen wir los! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist im Pyjama Business Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist, entweder im Blogartikel zum Lesen oder auf YouTube für das Video oder in deinem Podcast Player für die Podcast Folge. Bevor wir heute losstarten und ich dir fünf Erkenntnisse aus über zwölf Monaten Gruppenprogramm, also einem Gruppenprogramm, das ich leite und anbiete, mit Detaile, habe ich zwei Hinweise. Erstens, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, dann freue ich mich sehr, wenn du meine jährliche Content-Umfrage anonym ausfüllst. Das ist bis 12.02.2023 möglich und den Link findest du in der Beschreibung und auch in meinem Blog und in meinem Newsletter. Ich nehme mal das Mikrofon etwas näher her, das habe ich vergessen. Und Punkt Nummer zwei, aktuell kannst du dich noch bis 17.02., also bis 17.02.2023 wieder für mein Gruppenprogramm Business Bloom unverbindlich bewerben. Und genau darum geht es ja auch heute. Also nur kurz der Hinweis, die Bewerbung ist aktuell wieder bis 17.02.2023 möglich und am 27.02.2023 geht es dann wieder los und wir legen gleich los mit mit der heutigen Folge. Business Bloom, falls du es noch nicht kennst, ist mein Gruppenprogramm, mein Gruppencoaching-Programm für Selbstständige mit großen Zielen und das gibt es jetzt seit über zwölf Monaten. Also offiziell sind wir gestartet im Januar 2022 und über den Jahreswechsel jetzt, also von 22.02.2023 haben wir das Programm in meinem Team evaluiert. Wir haben Feedbacks und Umfragen ausgewertet von den Bloomys, also von den TeilnehmerInnen des Programms. Dann haben wir gemeinsam gebrainstormt, welche Ideen wir noch haben, was wir cool finden würden oder welche Beobachtungen wir gemacht haben. Und wir haben gemeinsam erarbeitet, was wir beibehalten wollen, was wir besser machen wollen und was wir loslassen möchten für das neue Jahr. Und unsere fünf größten Learnings aus einem Jahr Gruppenprogramm findest du jetzt hier in dieser Folge, beziehungsweise teile ich jetzt mit dir. Weil ich weiß, dass auch viele meiner KundInnen zum Beispiel oder eben selbstständige DienstleisterInnen, Online-KursanbieterInnen, ExpertInnen, BeraterInnen, auch Interesse daran haben, vielleicht, ich sage mal, nicht nur einen Online-Kurs anzubieten oder einen Online-Workshop, sondern eben ein umfangreicheres oder auch längeres oder auch intensiveres Gruppenprogramm. Die erste Erkenntnis oder ja, das Erste, was ich gemacht habe damals, war, um perfekt zu starten und das Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln. Also sowohl im Team als auch mit den Bloomies. Das heißt, im November 2021 habe ich Business Bloom und das war damals auf zwölf Monate ausgelegt, also mit einem sehr langen Commitment und dadurch natürlich auch mit einem hohen Preispunkt ohne Sales-Page oder klassischen Launch-Verkauf. Das heißt, ich habe eine Warteliste angelegt und den Personen auf der Warteliste einfach E-Mails zur Programm-Idee geschrieben. Also was ich mir ungefähr vorstelle, wie das sein könnte, was mir vorschwebt. Und es gab einen super Early-Bird-Bonus, einen Early-Bird-Bonus und einen Einführungspreis für die ersten drei Monate. Und natürlich ist da auch mitgeschwungen, meine Begeisterung und Motivation, dieses neue Angebot zu erschaffen. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, die ganze Vorarbeit, die ich davor natürlich schon jahrelang mit kostenlosen Content, Launches, Challenges, Webinaren, Online-Kursen und auch meine Mastermind-Gruppe, die jahrelang quasi das Vorgängerangebot von Business Bloom war, geleistet habe. Also das hat auch alles dazu beigetragen. Und nachdem aus dieser Warteliste, die natürlich auch viel aus bestehenden KundInnen bestand, die ersten Personen quasi aus dem Stand gebucht haben und ich dadurch den Proof of Concept gehabt habe, als quasi den Beweis oder den Hinweis, dass das Angebot gut angenommen wird und gut ankommt, habe ich aus den Texten, aus den Mails an die Warteliste nach und nach die öffentliche Verkaufsseite getextet oder erstellt. Also ich habe das auch einfach recycelt, was ich gemacht habe oder was ich geteilt habe mit der Warteliste. Und dann habe ich noch schneller als ursprünglich geplant, weil das dann alles so eine Eigendynamik und so ein Momentum bekommen hat, ein Webinar angeboten und zwar nur für BewerberInnen für das Programm, also ein privates Live-Training. Und das war das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, habe ich eben auch in einem Gruppenprogramm gelernt und auch dieses Online-Training habe ich dann bereits mehrmals live gehalten und auch immer wieder optimiert und weiterentwickelt. Also auch damit habe ich unperfekt gestartet und mal mit ersten Folien, ersten Ideen, ersten Ansätzen und dadurch, dass es der erste Durchgang war oder der erste Start, wusste ich ja noch nicht genau, wie das alles ganz genau sein wird und hatte auch noch keine Testimonials dafür. Natürlich von anderen KundInnen oder für die Mastermind-Gruppe, aber ja, das entwickelt sich dann halt alles mit der Zeit. Das heißt, das erste Learning, das ich dir heute mitgebracht habe, ist, dass du noch kein fertig erstelltes und bis ins kleinste Detail ausgearbeitetes Angebot haben musst, um es zu verkaufen. Das sage ich eh immer wieder, habe ich auch so gelernt, dass du quasi erst mal die Idee, das Konzept verkaufst, schaust, ob überhaupt Interesse daran besteht, bevor du schon alle Inhalte und Unterlagen und Videos erstellst. Und das funktioniert vor allem, wenn du dir eh schon eine Community aufgebaut hast oder wenn dich halt schon Personen kennen, für die das Angebot gemacht wäre oder gut passen würde. Und wenn du natürlich auch kommunizierst, dass es eben der erste Durchgang ist und das vielleicht als Testphase zu verstehen ist, vielleicht mit einem Einführungspreis oder einem anderen entgegenkommen. Und du musst aber eben nicht so tun, als hättest du schon auf alles die perfekte Antwort und zu allem 100 Prozent einen Plan, sondern dass ich das eben gemeinsam zeigen und entwickeln darf. Und ich nenne das immer Co-Kreation, also dass du und deine KundInnen dein Angebot gemeinsam kreieren, denn es ist ja für sie und nicht, dass du es alleine für sie kreierst. Denn du hast ja deine ExpertInnen-Sicht und sie wissen selbst oft am besten, was aus ihrer Sicht sie sich wünschen, was ihnen helfen und guttun würde. Und ja, das weicht manchmal davon ab, was deine Meinung ist, was sie machen sollten. Aber da geht es halt darum, die Leute dort abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen und mitzunehmen auf deine Reise. Und je nachdem, was du anbietest, also Beratung, Mentoring, Coaching sind ja alles andere Ansätze und nicht immer vermittelst du ja Wissen. Also beim Coaching vermittelt man ja eigentlich kein Wissen, auch wenn viele sich Coach nennen, obwohl sie eigentlich gar nicht coachen, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Auf jeden Fall, genau, Co-Kreation und dass du eben keine Angst davor hast, nach Feedback und Verbesserungsvorschlägen zu fragen. Ich weiß und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mich auch immer davor gedrückt, wirklich in den Austausch zu gehen mit meiner Zielgruppe oder ja, wirklich auch das einzufordern, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, was sie wollen. Weil wenn ich das dann weiß, dann muss ich ja auch darauf eingehen. Also dann kann ich nicht mehr nur mein eigenes Ding machen und was ich für richtig halte, sondern deine Arbeit ist dann halt viel kundinnenzentrierter. Aber genau das macht deine Arbeit langfristig viel einfacher, weil du musst dann unter Anführungszeichen einfach nur das anbieten, was deine Zielgruppe sich wünscht und auch wertvoller. Weil wenn die immer mitreden können und dir Ideen geben, auf die du alleine nicht gekommen wärst und du das auch mit dem Feedback der Leute immer weiter verbesserst und ausbaust, natürlich wird das dann auch hilfreicher und wertvoller für zukünftige KundInnen. Und hier nochmal der Hinweis, weil wir gerade dabei sind. Ich führe jetzt gerade bis 12.02. meine jährliche Content-Umfrage durch. Und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nehmen könntest, das ist komplett anonym, kostenlos, unverbindlich, ohne Anmeldung oder ähnliches und deine Daten bleiben in der EU, dann würde ich mich freuen, wenn du die ausfüllst. Es dauert ein paar Minuten und da frage ich einfach ab, welche Themen oder Fragen oder Probleme, Herausforderungen, Ziele, Wünsche etc. und auch Content-Themen und Formate dich für 2023 am meisten interessieren. Den Link findest du in den Show Notes. Learning Nummer 2 aus 12 Monaten Gruppenprogramm und das muss ich mir noch immer hinter die Ohren schreiben, klar und oft kommunizieren und auch kompromissbereit sein. Also in bald 10 Jahren Selbstständigkeit habe ich das immer wieder gelernt und darf ich auch noch immer wieder lernen, Communication is key. Das heißt, es ist meine Aufgabe als Anbieterin, alle Informationen verständlich aufbereitet darzustellen, die meine KundInnen oder InteressentInnen brauchen. Die Erwartungen der TeilnehmerInnen zu managen, dass sie wirklich erkennen können, was ist das genau, was ist enthalten, wie läuft das ab, wie viel kostet es, wie lange dauert es, ist das auch für mich geeignet, kann ich damit meine Ziele erreichen, bekomme ich hier, was ich mir erwarte oder wünsche. Missverständnissen und Konflikten vorzubeugen, also dass das oder wie ich es sage oder kommuniziere, dass das bei anderen auch so ankommt, wie ich es gemeint habe. Im besten Fall kann man natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen. Die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit festzulegen und dann auch meine Regeln und Grenzen zu kommunizieren und auch immer wieder zu kommunizieren, weil ich kann noch nicht davon ausgehen, nur weil ich etwas einmal gesagt oder geschrieben habe, dass das dann alle Mitglieder mitbekommen haben und sich daran erinnern. Und genau das, also das klar und immer wieder kommunizieren, fällt mir nicht immer leicht. Aus mehreren Gründen, einerseits seit meiner ADHS-Diagnose verstehe ich halt, dass ich oft impulsiv oder impulsiv verhandle und meine Mitmenschen damit manchmal vielleicht ein bisschen überrumpel oder überrasche. Und auch bei einem Persönlichkeitstest mit einem Teamcoach, der damals mein Kunde war, ist herausgekommen, dass ich vor allem unter Druck und im Stress schnell auf die Kommunikation mal vergesse oder sie hinten runterfallen lasse und einfach lospresche, ohne die anderen jetzt mit einzubeziehen oder mitzudenken oder auch kommunikativ mitzunehmen. Also da muss dann auch immer alles schnell, schnell gehen und das ist ja eh klar und ja, da habe ich dann noch gar nicht so viel Lust oder Zeit oder Energie alles zu erklären. Aber genau das ist halt meine Aufgabe. Und auch als Manifestorin im Human Design, falls sie das was sagt, ist es meine Aufgabe, andere zu informieren, statt einfach schweigend mein Ding zu machen und durchzuziehen. Und in der letzten Folge habe ich auch von dem Business Reading bei der Noemi Christoph erzählt und das hat auch ergeben, dass mein Business unter einem rückläufigen Merkur geboren wurde. Vielleicht weißt du, was das bedeutet, nämlich, dass Missverständnisse oder Schwierigkeiten in der Kommunikation meinem Unternehmen sozusagen in die Wiege gelegt wurden und das merke ich tatsächlich immer wieder. Also, wenn ich so auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, dann waren die Tiefen eigentlich immer, wenn es irgendeine Art von Missverständnis gab. Also, wo ich mich falsch verstanden gefühlt habe oder dass irgendwie anders bei den KundInnen angekommen ist oder ja, jemand unzufrieden war, obwohl das für mich eigentlich ganz klar war, was da alles enthalten ist. Aber das ist eben meine Kommunikationsaufgabe. Und das habe ich schon oft erwähnt, aber ich erwähne es gerne immer wieder. Mir ist durchaus bewusst, dass Astrologie und Human Design und so weiter keine wissenschaftlichen Methoden sind. Ich weiß es. Und trotzdem liebe ich Persönlichkeitstests aller Art und Analysen und alles und kann mich auch darin tatsächlich oft wiederfinden, ob das jetzt Bauernfängerei ist und so ausgelegt ist oder nicht. Solange es hilfreich ist und niemandem schadet, habe ich nichts gegen diesen Widerspruch zwischen Wissenschaftlichkeit und Spiritualität. Das mal so als Hinweis. Okay, das zweite Learning lautet also, dass du zuerst dir selbst Klarheit über die Fakten deines Angebots verschaffst. Also wer ist die Zielgruppe? Was sind die Themen, die Inhalte, die Methoden, die Formate und auch die Rahmenbedingungen? Also AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen. Was passiert, wenn? Also was passiert, wenn eine Kundin nicht bezahlen kann? Oder was passiert, wenn eine Kundin zurücktreten möchte? Auch sowas wie Laufzeiten. Für wen ist es geeignet? Habt ihr gemeinsame Werte? Passt das auch auf einer menschlichen Ebene? Mit wem möchtest du arbeiten? Mit wem nicht? Welche Boni sind wann und wie lange enthalten Zugänge, Rückgaben? Also das ist mir jetzt auch bei der Jahresplanung mit dem Team aufgefallen, dass ich gesagt habe, ja, beim neuen Online-Kurs, da würde ich gerne das, das, das machen. Und sie hatten dann noch, weiß ich nicht, mindestens fünf bis sieben Rückfragen. Ja, aber was ist mit den Leuten, die das schon gebucht haben? Kriegen die auch Zugang? Und wie lange haben die Zugang? Und solche Fragen stelle ich mir nicht, sondern ich renne halt los, biete das an. Und wenn dann die ersten Leute anfangen zu fragen, also habe ich da auch Zugang oder nicht? Oder wie ist das jetzt? Dann denke ich erst drüber nach. Und deswegen, ja, ist das so wichtig, das auch nochmal festzuhalten. Entweder, dass du mit dir selbst das wirklich mal Schritt für Schritt durchgehst und dir alle Eventualitäten zumindest schon mal ein bisschen überlegst oder dass du es halt gemeinsam mit anderen machst, die dir eben solche Fragen stellen können, an die du vielleicht überhaupt nicht denkst in deiner Situation oder aus deiner Sichtweise. Speziell bei einem Gruppencoaching-Programm kann es auch herausfordernd sein, die Leute, die InteressentInnen, die KundInnen darüber aufzuklären, was Coaching ist und was es nicht ist und was auch der Unterschied zu Training, Beratung, Mentoring und Co. ist. Also, dass eben nicht Leute reinkommen, die dann erwarten, dass du ihnen jeden Schritt vorgibst, weil das ist es nicht. Und natürlich ist es auch okay, mehrere Methoden und Herangehensweisen anzubieten und zu verbinden, aber zumindest der Unterschied und die Abgrenzungen sollten allen Teilnehmenden klar sein. Und deswegen weisen wir in den Verkaufstexten, in den AGB und auch in der Einführung in das Programm immer wieder darauf hin und auch direkt bei der Info zur Buchung der 1 zu 1 Calls mit uns, also mit den Bloom Coaches. Genauso war es etwas tricky, den Umfang und die Vielfalt des Programms nicht so wirken zu lassen oder dass unsere KundInnen das nicht so auffassen, als müssten sie immer überall dabei sein und alles in Anspruch nehmen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Das heißt, wir betonen immer extra nochmal, dass die Elemente im Business Bloom nur Angebote sind, eine Vielfalt an Möglichkeiten, die man annehmen kann oder nicht. Und jede Person soll und darf sich das rauspicken, was für sie gerade passt, das andere links liegen lassen. Also es geht nicht darum, zu jedem Live Call zu kommen, auf jeden Post zu antworten, jede Aufzeichnung anzuschauen, sondern nur das, was für einen selbst gerade relevant und hilfreich ist und auch der nächste Schritt ist auf der eigenen Reise oder dem eigenen Weg. Und wir unterstützen natürlich gerne bei der Auswahl, was ist denn jetzt der richtige nächste Schritt. Das heißt, alle Bloomys haben ja zumindest ein 1 zu 1 Coaching mit uns, also mit Eva, Inger oder mir. Wir sind alle drei ausgebildete, zertifizierte Coachinnen und in diesem 1 zu 1 Call gehen wir ja mit der Person ihre individuelle Situation und ihre Ziele durch und können auch gezielt hilfreiche Ressourcen dann raussuchen und verlinken. Das heißt, wir geben lose einen vorgeschlagenen Weg vor beziehungsweise helfen der Person, diesen Weg selbst zu erarbeiten im Coaching. Aber es läuft eben nicht nach dem Motto, ja, du machst jetzt einfach A, B, C oder du musst es genau so machen nach meiner Methode, denn sonst hast du ein Mindset-Problem oder du willst das einfach nicht oder du bist nicht coachable oder das wird dann einfach nicht funktionieren, wie ich es auch schon in anderen Programmen mitbekommen habe. Und dann finde ich es noch wichtig, trotzdem, auch wenn wir AGB und Grenzen und alles haben, flexibel und kompromissbereit zu sein, wenn es für beide Seiten passt und wenn das auch in einer Form an mich herangetragen wird, die nicht irgendwie fordernd oder anklagend ist, sondern eben, dass wir aufeinander zugehen. Das heißt, eine Person konnte zum Beispiel aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr am Programm teilnehmen in der Mitte, obwohl es eben eigentlich laut AGB die Anmeldung für die gewählte Laufzeit einfach läuft und auch die Zahlung verpflichtend ist. Aber ich habe dann angeboten, einen Ersatz für sich zu finden, dass quasi, ja, sie ihre Mitgliedschaft sozusagen verkauft und eine andere Person den Platz einnimmt. Und in meiner Laufbahn habe ich von diversen MentorInnen und Coaches immer nur gehört, man darf niemals nachgeben, man muss da ganz hart bleiben, die Leute müssen bezahlen, sie haben den Vertrag unterschrieben. Aber, ja, ich möchte die Dinge ja anders machen in Zukunft. Das heißt, menschlicher, zugänglicher und Community-orientiert. Und daher versuchen wir immer, passende Lösungen zu finden und individuelle Vereinbarungen auch zu treffen, wenn jemand proaktiv auf uns zukommt, weil sonst können wir nicht darauf eingehen. Also zum Beispiel auch einen Zahlungsaufschub in Krisenzeiten zu gewähren, falls es uns möglich ist. That being said, andere Dinge sind für mich persönlich aber nicht verhandelbar. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Blumis oder generell meine KundInnen sich auch mehr Termine am Vormittag wünschen würden. Kann ich auch total gut verstehen. Also wir wollen ja auch familienfreundlich sein. Aber ich persönlich bin vor 11 Uhr einfach nicht ansprechbar, leistungsfähig etc. Und deswegen kann und will ich das einfach nicht anbieten, weil ich weiß, dass wenn ich mich da um 9 Uhr irgendwo hinsetze und jemanden coache, dass das nicht dieselbe Qualität hat, weder für mich noch für die andere Person, als um 12 Uhr. Aber andere Blumcoaches vielleicht schon. Das heißt auch, dass nicht mehr alles von mir abhängt, von meiner Person, sondern dass wir eben zwei weitere Blumcoaches jetzt haben, dass mein ganzes Team auch mitarbeitet im Business Blum. Komme ich gleich noch dazu. Also wir bieten jetzt zum Beispiel einen Technik-Support-Call mit Chrissy an. Marie gibt nächste Woche eine Masterclass für Reels, also wie man Reels in Canva designen kann. Also in der Mastermind-Gruppe habe immer ich alle Masterclasses und Calls und was weiß ich gehalten, da weiß ich heute eh nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Aber genau, das heißt, andere Blumcoaches können ja, die geben ihren Kalender frei und da sind dann auch vielleicht Termine um 10 Uhr drin. Das heißt, wir wollen natürlich sowohl Familien- als auch ADHS-freundlich sein, in meinem Fall jetzt. Und meine Medikamente wirken halt einfach am besten zwischen 11 und 16 Uhr ungefähr. Also da habe ich dann auch mein geistiges Hoch. Genau. Wenn du mehr zum Thema ADHS wissen möchtest, da gibt es eine eigene Blog-Kategorie im Blog und ein Highlight in meinen Instagram-Stories, also ein Story-Highlight. So ein Kreis ist das in meinem Profil. Wir kommen zu Erkenntnis Nummer 3 und die lautet Veränderungen zulassen, akzeptieren und integrieren. Und Eva aus unserem Team meint dazu, ich fand total spannend, Blumen nun weiterzuentwickeln über den Jahresübergang. Den Blumenkoll nur noch alle zwei Wochen von dir, Lilly, leiten zu lassen und jede zweite Woche von Inga oder mir. Dass das nicht nur in Ordnung ist, sondern sogar gut und befruchtend, immer etwas zu verändern und anzupassen. Ich dachte, das müssen wir für immer so machen, weil so ist das Angebot, aber das stimmt nicht. Es darf anders werden und sich weiterentwickeln. Und genau das meinte ich gerade, dem kann ich nur zustimmen, anstatt, dass ich viermal pro Monat dort im Gruppencoaching-Call sitze und immer meine Coaching-Methoden anwende, meine Sichtweise, ist es auch für die Blumies wertvoller, wenn sie drei verschiedene Perspektiven bekommen pro Monat. Und ich meine, oft ist es so, dass die Blumies, also die ZuschauerInnen im Live-Call sich eh alle gegenseitig beraten. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte doch eigentlich nur die Frage der Person vorlesen und das war's. Aber natürlich gebe ich dann trotzdem einen Zenf dazu oder stelle Fragen oder gebe Hinweise oder Erfahrungen, wenn die Leute das haben wollen. Aber genau. Also vielleicht hast du auch so das Gefühl, ja, aber ich muss es ja machen, weil es ist ja mein Angebot oder es sind ja meine KundInnen oder ich habe das ja vor einem Jahr so kommuniziert. Aber ja, wir dürfen eben aus unseren Erfahrungen lernen, wir dürfen unsere Meinung ändern, wir dürfen Optimierungen und Anpassungen machen, die ja auch im Sinne unserer KundInnen sind und denen ja auch was bringen und wir dürfen auch Dinge verwerfen, die wir vor einem Jahr noch als sinnvoll empfunden haben. Und ein Beispiel dafür sind die Laufzeiten von Business Bloom. Die ursprüngliche Idee war ja eigentlich, dass es ein echtes Evergreen-Gruppenprogramm ist. Das heißt, man kann jederzeit einsteigen. Und das war so, weil aus meiner Erfahrung mit meiner dreimonatigen Mastermind-Gruppe, also dem Angebot davor, dem Gruppenangebot davor, dachte ich, dass die Leute bestimmt nicht mehr immer auf den Einstieg ins Programm warten wollen. Also die Mastermind-Gruppe war ja auch auf zwölf Personen begrenzt. Das heißt, es war immer gleich ausgebucht und dann mussten sie halt mindestens drei Monate auf den nächsten Start warten. Und das wollte ich eben nicht mehr. Ich wollte das ganz zugänglich machen und dass jeder jederzeit einsteigen kann. Aber das hat auch Nachteile und die waren uns damals noch nicht bewusst. Und die Chrissy aus unserem Team hat dazu erklärt, im ersten Durchgang haben wir neue Bloomis zum Programm hinzugefügt, sobald die erste Rate bezahlt worden ist. Das hat dazu geführt, dass wir immer die Zahlungseingänge im Blick behalten und dann schnell reagieren mussten und neue Bloomis oft allein zum Programm gestoßen sind. 2023 gehen wir mit System vor und fügen neue Bloomis alle sechs Wochen zum Start eines neuen Sprints hinzu. Ein Sprint ist ein Sechs-Wochen-Zeitraum. Das ist für uns übersichtlicher und entspannter und die neuen Bloomis haben ein größeres Gemeinschaftsgefühl, weil sie nicht allein ins Programm geworfen werden, sondern mit anderen und einem gemeinsamen Auftakt-Call starten. Also wir haben das einfach umgestellt. Damals war ich der Meinung, das ist besser so. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist doch nicht besser so. Wir gehen wieder so semi zurück zum alten System, aber eben mit Einstieg alle sieben Wochen. Das ist ja auch wieder was anderes, als wenn ich vier Monate oder mehr warten muss. und 2021 war ich auch davon überzeugt, dass das Programm unbedingt ein Jahr lang dauern sollte. Also damals hat es auch noch Jahresprogramm geheißen und bei der dreimonatigen Mastermind-Gruppe davor war es eben immer so, dass ein Großteil der TeilnehmerInnen immer in weitere Runden verlängert hat. Also nochmal drei Monate, nochmal drei Monate. Und mein Gedanke war, oder meine Conclusio, ja, warum nicht gleich die lange Version anbieten? Dann ersparen wir uns immer das, willst du verlängern, neue Rechnung und so weiter. Und dann kamen aber Ukraine, Krieg und Inflation und gleichzeitig auch bei mir die Erkenntnis, dass zwölf Monate natürlich ein sehr langes Commitment sein können, sowohl zeitlich, finanziell als auch energetisch. Und anscheinend müssen sich die TeilnehmerInnen erst mal selbst davon überzeugen, ob ein Gruppenprogramm oder auch mein System oder meine Herangehensweise wirklich etwas für sie ist. Und dann, wenn sie es schon erlebt haben für drei Monate, erkennen sie oft, warum eine längere Teilnahme noch mehr bringt oder dass sie dann erst so richtig in Fahrt sind und dieses Momentum aufrechterhalten wollen. Und vorher aber natürlich nicht, weil woher sollen sie es wissen, wenn sie es noch nicht am eigenen Leib erfahren haben? Ich kann das tausendmal sagen, aber ja, oft muss man es eben erst selbst erleben, um es zu verstehen. Das heißt, das dritte Learning aus zwölf Monaten Gruppenprogramm lautet, du darfst Dinge verändern, deine Meinung überdenken, Verbesserungen vornehmen jederzeit und auch Entscheidungen wieder rückgängig machen, die du schon mal getroffen und kommuniziert hast und implementiert und unbedingt deine Community und dein Team dabei mitnehmen und integrieren und informieren. Punkt Nummer 4 von 5 lautet Neues testen und Feedback und Ideen einholen. Also, wie schon angesprochen, haben wir im Laufe der Zeit Dinge wie Laufzeiten und gemeinsame Starttermine angepasst, obwohl ich davor dachte, dass es jetzt so genau richtig für meine Kundinnen ist, aber ich lag halt falsch und nur durchs Ausprobieren konnte ich das aber auch testen und erkennen. Das heißt, jetzt kann man auch für drei oder sechs Monate beim Gruppenprogramm dabei sein und auf Wunsch direkt verlängern oder auch nicht. Und für 2023 kannst du dich noch bis 17.02. entweder für drei Monate, also für zwei Sechs-Wochen-Sprints oder für acht Monate, also mit Winterpause ohne Sprint. Das heißt, für vier sechswöchige Sprints bewerben und danach gehen wir ab November 2023 in die Winterpause. Also jetzt ist eigentlich das letzte Mal, dass du noch für vier Sprints dabei sein kannst 2023. Auch bei der Technik haben wir etwas Neues probiert, die Chrissi aus meinem Team erzählt. Jahrelang haben wir für Lillis Mastermind private Facebook-Gruppen als Community-Plattform verwendet. Für Business Bloom haben wir zum ersten Mal das eigenständige Netzwerk Mighty Networks verwendet und waren sehr begeistert. Es ist sehr intuitiv, auch für die TeilnehmerInnen, und war leicht einzurichten, sieht schick aus, bietet Community- und Kursbereich in einem und liegt auf unserer eigenen Domain. Es gibt noch einige andere Vorteile, zum Beispiel, dass man direkt Events anlegen kann, die die Leute sich in ihren Google-Kalender oder andere Kalender runterladen können. Man kann die Events direkt von dort aus starten mit dem Zoom-Link. Also es gibt wirklich einige coole Gimmicks und wir haben das auch für unseren Online-Kongress dann verwendet letztes Jahr und wir wollen auch mit der neuen Version des KundInnen-Magnet-Kurses, der dieses Jahr rauskommt, zum Mighty Networks umziehen. Denn wer hält sich noch gerne in Facebook-Gruppen auf? Also ich merke auch, dass ich das immer prokrastiniere, in die Kursgruppe reinzuschauen und meine TeilnehmerInnen zu betreuen. Ich mache es natürlich, aber ich möchte eigentlich nicht alles andere auf Facebook mitbekommen. Genau. Und durch die Zusammenarbeit mit unseren KundInnen über ein Jahr, haben wir auch andere Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel haben wir den wöchentlichen Gruppencoaching-Termin von 60 auf 90 Minuten verlängert und die Einzelcoaching-Termine von 30 auf 45 und ohne, dass es jemand explizit irgendwie angesprochen hat oder darum gebeten hat, aber wenn wir selber merken, okay, wir überziehen eh fast jedes Mal und wir brauchen mehr Zeit und die Blumis trauen sich dann vielleicht auch noch mehr, sich zu melden. Also manchmal sagen die Leute halt, ja, ich will niemanden den Platz wegnehmen und ich sage dann immer, ihr habt alle Platz hier und dein Anliegen ist genauso relevant oder wichtig oder wertvoll wie das von anderen. Also, dass wir da einfach auch mehr Zeit und Raum haben für die Coachings. Genau. Also wenn das so ist, warum dann nicht gleich von selbst optimieren? Wir müssen ja nicht immer warten, bis jemand etwas Feedbackt oder einfordert, sondern wir wollen halt auch immer eigene Ideen mit einbringen und ausprobieren. Gleich am Anfang der ersten Laufzeit, also 2022, haben wir auch eine Frage einer Blumi, ob sie die Antworten ihrer Startumfrage auch als Kopie bekommt, aufgegriffen und für jede Teilnehmerin oder Teilnehmer einen persönlichen Blumbericht angelegt und den pflegen wir auch für sie mit ihren vierteljährlichen Quartalsumfragen und den Aufzeichnungen und Unterlagen und Ressourcen aus den Einzelcoachings. Also das ist eigentlich, das habe ich so noch nie gesehen in einem Gruppenprogramm und das hatte ich halt gleich am Anfang so als Idee und dann war es so, ja, okay, dann machen wir das einfach. Außerdem haben wir zum Beispiel einen Welcome Call für alle neun Blumis im Sprint, eine Sprintfeier alle sieben Wochen, das CEO Coworking für die Wochenplanung erst am Freitag und dann auch noch am Montag eingeführt, weil das so gut angekommen ist, den Buchclub-Talk zum Austauschen über das Buch, das wir gemeinsam lesen im Buchclub alle sechs Wochen, den neuen Technik-Support, den ich schon angesprochen habe und auch noch andere Elemente eingeführt, die sich als, ja, das wäre eigentlich ganz nützlich oder cool erwiesen oder herausgestellt haben und auch den Onboarding-Prozess, also wie neue Personen aufgenommen und eingeführt und begrüßt werden, haben wir immer weiter optimiert und gleichzeitig nehmen wir auch Dinge raus, die nicht so gut funktionieren für uns und oder fürs Team und oder für die KundInnen oder nicht so gut ankommen oder genutzt werden. Das heißt, statt kleinerer, selbstorganisierter Mastermind-Gruppen gibt es 2023 jetzt nur noch drei größere Untergruppen, das heißt, die StarterInnen, die Fortgeschrittenen und die Profis sozusagen haben einen Ort jeweils, wo sie sich untereinander nochmal austauschen können, wenn es nicht in der ganz großen Gruppe besprochen werden soll, digital. Und zusätzlich gibt es von uns geleitete Mastermind-Calls regelmäßig mit kurzen Impulsen und dann Austausch unter den Blumies zu einem bestimmten Thema. Das war zum Beispiel auch eine Idee von einer Blumi, die wir gerne aufgegriffen haben. Die wöchentliche Blumen-Mail von mir haben wir zum Beispiel auch abgespeckt. Da habe ich es etwas gut gemeint mit dem Input und jede Woche eine Challenge der Woche, einen Impuls der Woche und Content der Woche mitgeschickt. Also ich glaube, das konnten die alles gar nicht lesen und verarbeiten. Und jetzt gibt es nur noch einen wöchentlichen Impuls und der kann alles Mögliche sein. Also Content, Challenge, aber auch nur mal ein Zitat oder ein Gedanke oder eine Frage. Das vierte Learning lautet für mich lieber zu wenig als zu viel Input geben und immer ein offenes Ohr für Fragen, Feedback und Ideen deiner KundInnen haben. Am besten natürlich mit einem System, mit dem du diese Rückmeldungen immer gleich zentral festhältst oder auch gezielt mit Umfragen oder auch anonymen Umfragen. Also dass die Leute dir auch ihr Feedback geben können, Verbesserungsvorschläge und wir fragen auch immer, welche Ideen hast du noch für Business Bloom oder was wäre noch cool oder was würdest du dir noch wünschen oder was würde dich noch unterstützen. Und das machen wir auch alle drei Monate in der Quartalsumfrage. Also das ist auch ein System. Also ich muss mir nicht jedes Mal wieder überlegen, wie kriege ich jetzt Feedback, sondern es ist einfach automatisiert inkludiert. Hier nochmal der Hinweis auf meine anonyme Content-Umfrage. Den Link findest du in den Shownotes und die kannst du gerne noch bis 12.2. anonym und unverbindlich und kostenlos ausfüllen. Dann kann ich in meinem Content und auch in meinen Angeboten auf dich und deine Wünsche und deine Bedürfnisse besser eingehen. Und dann kommen wir zum fünften Punkt, was wir gelernt haben aus einem Jahr Open-Programm. Und das lautet mehr von dem machen, was gut funktioniert und gut ankommt. Das sage ich meinen KundInnen eh auch immer. Mehr von dem machen, was funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert. Aber wenn du ein Angebotsformat zum ersten Mal durchführst oder testest, dann kannst du ja noch nicht wissen, was, wie und ob es gut oder schlecht ankommt. Deine Ideen, deine Konzepte, wie die angenommen werden. Und gerade bei einem Gruppenprogramm hat das Vor- und Nachteile. Ja, du kannst es nicht allen recht machen. Nicht alle werden immer mit allem zufrieden sein oder einverstanden sein oder alles in Anspruch nehmen. Aber du kannst in einer Gruppe auch leichter beziehungsweise schneller Tendenzen und Muster und Vorlieben erkennen, als wenn du jetzt nacheinander immer mit Einzelpersonen arbeitest zum Beispiel. Das heißt, nach einem Jahr Gruppencoaching-Programm wissen wir heute einfach aus der Erfahrung, welche Elemente und Formate die beliebtesten sind. Und wir können diese Lieblingsformate eben dann noch mehr anbieten oder sie öfter stattfinden lassen. oder auch ähnliche Angebote zusätzlich einführen. Und zu den Top 3 Elementen in unserem Gruppenprogramm in Business Bloom zählen der Austausch mit anderen Selbstständigen. Also gefühlt kann es nicht genug Coworking und Gruppencalls etc. geben und Austausch untereinander. Das heißt, die Bloomies nennen immer wieder Coworking, Gruppencalls, einfach auch die anderen Sehen wird öfters genannt, gemeinsam Erfolge feiern, was wir auch forcieren, indem wir das immer wieder abfragen und die Ideen und Inputs der anderen Hören, Sehen, Lesen. Das nennen sie immer wieder als ihre Highlights im Gruppenprogramm. Und ein weiterer Vorteil natürlich, wenn man mit vielen anderen Selbstständigen umgeben ist, die auch ähnliche Werte haben oder ähnliche Geschäftsmodelle oder ähnliche Zielgruppen. Viele Bloomies gewinnen innerhalb dieses Netzwerks KundInnen, TestkundInnen, KooperationsinterviewpartnerInnen oder auch BusinessfreundInnen. Und diese Verbindungen, die überdauern ja oft auch die Laufzeit des Programms. Also wenn man sich einmal kennt, dann kennt man sich und dann tauscht man sich vielleicht auch darüber hinaus aus oder arbeitet zusammen. Das zweite Element, das sehr gut ankommt und immer wieder genannt wird, ist die Planung und Struktur. Das heißt, mein eigenes persönliches System aus Jahres-, Quartals-, Monats- und Wochenplanung habe ich für das Programm in gedruckte und digitale Unterlagen gegossen, gemeinsam mit der Inga Kelber, meiner Designerin. Und das bieten wir einfach wiederkehrend live an, gemeinsam durchzuarbeiten. Und das gibt den TeilnehmerInnen einen Rahmen, aber sie können ihn für sich individualisieren und dieser Rahmen begleitet sie auf ihrem Weg und unterstützt sie dabei. Also das ist auch alles so gehalten, dass es natürlich flexibel ist, anpassbar und dass jede Person das mit ihren persönlichen Zielen und so weiter befüllen kann. Und der dritte Punkt ist die Wissensvermittlung, das heißt, die inkludierten Online-Kurse, die Masterclasses, die Aufzeichnungen von den ganzen Live-Calls und auch die Vorlagen und Unterlagen sind natürlich immer da, wenn Diplomies punktuell Input oder Ideen oder Antworten brauchen. Und mein ganzes Wissen und meine Erfahrungen auch rund um Businessaufbau, Businessausbau, Marketingverkauf, Content, Suchmaschinenoptimierung, Mindset und Co. sind im Programm enthalten und natürlich mit der Zeit auch immer mehr die von anderen Personen. Das heißt, es gibt ja ein Suchfeld, es gibt einen Feed, es gibt einen Chat, es gibt Kommentare und da kann man dann natürlich auch schauen, wurde mein Thema vielleicht schon mal diskutiert. Und wenn es, wenn das zum Beispiel Postings sind, wo Ressourcen gesammelt werden, also zum Beispiel zum Thema Money Mindset hatten wir das, wo dann einfach die Leute ihre Bücher und Podcasts und Blogs etc. teilen oder zum Thema Altersvorsorge mit ETFs und so, dass wir das dann auch nehmen und sammeln. Also wir haben so einen Bereich, der heißt Sammlungen und wenn uns auffällt, dass da viele wertvolle Ressourcen zusammenkommen in den Kommentaren bei einem Posting, dann verlinken wir das dort auch, damit das nachher schnell gefunden wird. Genau. Gut. Das fünfte Learning lautet jetzt, du musst nicht alles anbieten oder inkludieren, sondern nur das, was hilfreich ist. Das heißt, du kannst dich dann auch mit der Zeit auf zum Beispiel jetzt in meinem Fall diese drei Punkte konzentrieren und was das genau ist, das kannst du aber nur mit der Zeit und der dadurch gewonnenen Erfahrung herausfinden und da eben auch sagen, okay, ich lasse es sich entwickeln und zeigen und habt auch die nötige Geduld und auch Beobachtungsgabe, sage ich mal. Okay, ich fasse noch mal die fünf Punkte zusammen. Der erste Punkt war unperfekt starten, die Idee präsentieren, Zuspruch gewinnen dafür oder eben nicht und das Konzept dann gemeinsam weiterentwickeln. Also diese Co-Kreation gemeinsam mit deinen KundInnen. Der zweite Punkt war klar und oft kommunizieren, also wirklich, dass alle verstehen, worum geht es, welche Erwartungen haben beide Seiten und werden die hier erfüllt und auch kompromissbereit sein, vor allem jetzt in Krisenzeiten finde ich das wichtig und richtig. Der dritte Punkt war Veränderungen zulassen, akzeptieren und integrieren. Auch wenn es das Gegenteil ist von einer Entscheidung, die du vor einem Jahr zum Beispiel getroffen und kommuniziert hast. Der vierte Punkt war immer wieder Neues testen, ausprobieren, Feedback und Ideen einholen von deinem Team, deinen KundInnen, KollegInnen, anderen ExpertInnen. Also da immer offen und neugierig bleiben und das dann auch tatsächlich umsetzen. Und der fünfte Punkt war mehr von dem machen, was gut funktioniert und gut ankommt. Also eben ja auch Muster erkennen können, Tendenzen vorlieben. Wenn du möchtest, wenn das gut für dich klingt, dann kannst du dich gerne jetzt für Business Bloom bewerben. Die Bewerbung ist gerade offen bis 17. 2. 2023. Und am 27. 2. starten wir dann gemeinsam in den nächsten sechswöchigen Sprint im Coaching-Programm für dein blühendes Business. Was auch immer das für dich persönlich bedeutet. Das definierst du und wir begleiten dich auf dem Weg und stellen dir die Ressourcen und die Möglichkeiten zum Austausch und um Fragen zu stellen zur Verfügung. Das heißt, du kannst dich bis Freitag den 17. 2. unverbindlich und kostenlos bewerben unter lilikäuser.at slash bloom also B-L-O-O-M und du kannst dich jetzt noch für 2 Sprints also für 3 Monate und zum letzten Mal für 2023 für 4 Sprints bewerben. Das heißt, du wärst dann auch über den Sommer dabei, über die Sommerpause und auch beim Online-Kongress für menschliches Marketing, den wir wiederholen werden dieses Jahr und auch bei der Neuauflage und der Live-Auslieferung meines Kundinnen-Magnet-Kurses. Da wärst du überall quasi dabei. Wenn du dich jetzt für 4 Sprints in 2023 bewirbst und anmeldest. In der Woche vor dem Sprintstart also vom 20. 2. fügen wir dann alle 9 Blumis zum Programm hinzu. Du kannst dich vorstellen, du kannst dich in Ruhe umsehen. Es ist eben eine Sprintpause. Das heißt, da passieren keine Calls oder so und wenn dann nur ganz wenige. Du kannst dir die Einführung in Ruhe zu Gemüte führen und im Welcome Call in der ersten Woche des Sprints begrüßen wir dich und leiten dich nochmal durch das Programm und wenn du noch offene Fragen hast, dann beantworten wir die für dich. wie gesagt, auch die neue Version 3.0 meines Online-Kurses, die live ab April rauskommt, ist für alle aktiven Blumis als Bonus ohne Aufpreis enthalten im Business Blum und du bekommst auch die 45 Aufzeichnungen des letzten Online-Kongresses für menschliches Marketing, Beach Business, vielleicht hast du das mitbekommen, da waren über 70 SpeakerInnen dabei und wir haben in verschiedenen Formaten, Gruppendiskussionen, Masterclasses, Workshops, Pyjama-Partys, Lunchbreaks, über alles rund um menschliches Marketing gesprochen. Was im Programm für Selbstständige mit großen Zielen konkret aktuell enthalten ist, wie es aufgebaut ist und zu welchen Konditionen, das erfährst du immer unter lilikäuser.at slash Blum, dort siehst du auch die nächsten Termine, die nächsten Sprints und über das dort eingebettete Formular kannst du dich unverbindlich bewerben. In diesem Formular kannst du mir deine aktuelle Situation schildern, deine Ziele und Wünsche, also wo du gerne hinwollen würdest und mir auch deine Fragen stellen und ich antworte dir dann innerhalb von ein paar Tagen persönlich per E-Mail und da auch das Webinar, das ich vorher erwähnt habe, für dein blühendes Business in vier Schritten kannst du dir dort auf der Seite kostenlos anschauen und ohne Anmeldung, das ist auch eingebettet und genau, die Seite lautet lilikäuser.at slash Blum und den Link dorthin und auch zu meiner anonymen Content-Umfrage findest du jetzt in den Shownotes und im Blog. Das war's für heute von mir, ich freue mich, wenn ich eine Bewerbung von dir bekomme oder wenn du meine Umfrage ausfüllst und wenn du nächstes Mal wieder dabei bist im Pyjama Business Podcast. Vielen Dank und bis bald. Tschüss! Tschüss!